Herzlich Willkommen bei einem neuen Astro-Video. Heute geht es um das Wassermann-Zeitalter und warum das wichtig für dich ist. Warum das wichtig ist, dass du dich verstehst, deine Energie verstehst, vielleicht ein bisschen besser dich einfühlen kannst in die ganze Grundenergie, die jetzt herrscht. Darum möchte ich dieses Basis-Video machen, das sich jetzt nicht auf irgendetwas aufhängt, wo man sagt, ja da ist jetzt viel Energie, da wird der Krieg befeuert, wie beim Neumond-Horoskop-Video letzte Woche, wie ich gesagt habe und jetzt werden ja Panzer geliefert und ich habe es auch schon in der Jahresvorschau gesagt, dass dieser Beginn des Jahres nicht sehr förderlich für Frieden ist und um das geht es heute nicht. Es geht nicht um aktuelle Tendenzen, sondern es geht um eine Grundenergie und die ist ganz wesentlich, dass du die mal wahrnehmen kannst und verstehen kannst. Ich habe hier mal eine Grafik gemacht zu dem Tierkreis und das astrologische Jahr beginnt ja mit dem Widder. Das heißt, das beginnt da links außen im Widder und rennt dann quasi gegen den Uhrzeigersinn durch das Jahr. Also so 20. und 21. März, Frühlingspunkt, ist quasi der Beginn des astrologischen Neujahres. Das ist anders als jetzt so vom Kalenderjahr her gesehen und die Grundenergie ist eben Widderenergie. Das kennst du. Widder, dann kommt Stier, Zwilling, Krebs und so weiter und so fort. Und um dir da mal ein Gefühl zu vermitteln, wie diese Grundenergien gelaufen sind. Wir waren jetzt 2000 Jahre, also bis so kurz vor der Jahrtausendwende eigentlich, also bis so 1999 herum, waren wir noch in einem Grundfischezeitalter. Die Fischeprägung hast du mitbekommen, vielleicht das Erstarken des Christentums, also der christliche Glauben, wo ja auch das Symbol der Menschenfischer manchmal drinnen ist. Und du kannst dir vorstellen, dass jetzt dieser ganze Tierkreis, diese ganzen Energien immer mit einer fischigen Energie mitgelebt wurden. Das heißt, Widder plus Fisch, Stier plus Fisch, Zwilling plus Fisch. Und da kommst du jetzt ins astrologische Denken rein. Es geht ja darum, Prinzipien miteinander zu kombinieren und da etwas rauszufinden, etwas rauszuholen und rauszuziehen. Und der Fisch ist ja auf der einen Seite der Heiler, die Spiritualität ist so die Erlösung, ist die Religion. Aber natürlich auch so das Träumen, das, wie soll ich sagen, das nicht so ganz ehrlich sein, das ein bisschen abgeschieden von der Welt sein. Und in dieser Färbung hatten wir bis jetzt unsere Zeichen. Und mit dem Beginn des Wassermannzeitalters, so um die Jahrtausendwende rum, wie gesagt, mit dem Jahr 2000, merken wir, es kommt eine neue Zeit. Wir hatten ja da auch große politische Veränderungen und auch große weltliche Veränderungen. Machtverhältnisse haben sich da auch ein bisschen verschoben. Und wir hatten da großartige Ereignisse, prägende Ereignisse und Erlebnisse um diese Jahrtausendwende rum. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass wir diesen alten Tierkreis, wo wir sagen, Widder, Stier, Zwilling, dass wir das neu interpretieren. Also statt der Widderenergie, Widder ist ja so der Impuls, die Kraft ist das erste Erstarken, ist jetzt unsere Grundenergie, mit der wir starten im Wassermannzeitalter, Wassermannenergie. Und was bedeutet denn jetzt Wassermann als Startenergie? Der Wassermann ist, du musst dir das so vorstellen, wir haben in der Mitte Fische. Wir haben dieses Fische-Prinzip, dieses Unendliche und da brechen zwei Prinzipien raus. Auf der einen Seite das Widder-Prinzip, mit dem ich will, mit dem Ego. Und das andere ist dieses Wassermann-Prinzip, das eigentlich auch die Revolution will. Das will etwas Neues, das ist getrieben von einer Vision, das spürt. Das ist jetzt nicht mehr so ein, ich setze mich hundertprozentig für Dinge so ein, da gehört so die Widderenergie dazu. Aber das ist so diese Vision, und zwar die, die für alle besser werden soll. Aber, und das ist eben beim Wassermann in der Schattenform das Problem, ist dieses Individuelle, dieses Ich bin wichtig, ich stelle mich hervor und ich denke jetzt die Zeit neu und alte Regeln gelten nicht mehr für mich. Das ist so Grundprinzip Wassermann. Und diese zwei Prinzipien brechen quasi aus dem Unendlichen des Fische-Prinzips raus. Also Fische-Prinzip 12. Haus, Wassermann-Prinzip 11. Haus und wieder 1. Haus. Und jetzt tauschen wir mal, was wir jetzt machen ist, wir drehen jetzt mal den Tierkreis, diese Energien um und schauen jetzt mal, wenn Wassermann, wenn dieses Wassermann-Prinzip unser erstes Haus ist, also wenn das der Startpunkt ist jetzt im Wassermann-Zeitalter, wie verschieben sich denn dann die Häuser? Das heißt, unser erster Impuls ist das Neue. Es muss etwas Neu werden und dieses Neue soll auch besser für alle werden. Irgendwann mal, ja. Aber es ist das Neue, der Impuls ist einfach dieses Neue. Anders, das Alte ist nicht mehr haltbar, hat sich überlebt, hat sich überholt, das brauchen wir nicht mehr. Das ist der Grundimpuls in diesem Wassermann-Zeitalter. Das ist diese Grundenergie. Also du kannst dir schon mal vorstellen, alles, was jetzt neu, was Veränderung bringen wird, wird definitiv befeuert und ist definitiv dann am Zeitgeist dran. Ganz anders als dieses ewig bewahrende, ruhende, was wir gehabt haben. Das zweite Haus, das Besitzhaus ist Fisch und Fisch ist eigentlich die Nicht-Materie. Das heißt, es geht in etwas auf der einen Seite spirituell-ätherisches rein und auf der anderen Seite definitiv weg vom Besitz. Also dieses Großkapital, dieses man schafft etwas, man häuft an, das löst sich auf. Die Auflösung im Unsichtbaren liegt eigentlich dann so der Besitzpunkt im Zeichen Fische. Also Vision, was Neues und da kannst du dich nicht an zu viel Materie ketten, um immer beweglich und neu zu bleiben. Und in diesem Zuge müssen wir wahrscheinlich auch unser Alter, unser Leben wahrscheinlich ganz anders denken. Also wir müssten beweglicher bleiben. Es geht eben nicht, dass man sagt, okay, man bleibt jetzt immer am selben Punkt, so wie wir das vorgelebt bekommen haben. Also da gehören wahrscheinlich neue Konzepte rein in dieser Wassermann-Zeit. Das dritte Prinzip Kommunikation, Gedanken ist Widder. Und da geht es eben darum, um dieses Wollen. Widder ist ja eigentlich, wir haben ja jetzt Widder in Zwilling stehen, ist ja auch so ein bisschen das Streitgespräch oder dass die eigene Meinung noch einmal, also hinter der eigenen Meinung stehen und hinter dem sich auch einsetzen. Es ist allerdings auch das Pionier, das Pionierdenken und das Pionierforschen ein bisschen. Und das ist auch das, was wir ein bisschen erleben, denke ich. Das ist diese neue Art zu sprechen, eine neue Art zu denken, dieses ganze Genderisieren, was wir jetzt haben. Das passt eigentlich in dieses Wassermann-Zeitalter rein. Das ist jetzt keine Meinung, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber es passt dazu. Das heißt, die Kommunikation wird wahrscheinlich knapper, direkter, soll auch ein bisschen klar sein im Widder. Der Widder braucht ganz klar eine Ansage und klare Gedanken. Das heißt, in Gedanken klar sein und bei sich stehen. Dann haben wir diesen ersten Quadranten schon, Wernand, mit Wassermann, Fisch und Widder. Also stelle ich noch einmal vor, revolutionäre Energie, Grundenergie ist, es muss etwas neu werden, ohne Besitz, mit Klarheit, mit Direktheit in der Kommunikation. Und jetzt kommen wir dann in den seelischen Quadranten rein, in den zweiten Teil des Tierkreises. Ich habe dir den ersten rot gefärbt, den zweiten jetzt blau. Und da sind wir jetzt beim vierten Haus. Das ist jetzt ein Stierhaus. Das ist stierisch geprägt. Und Stier heißt einfach eine klare seelische Abgrenzung, eine klare emotionale Abgrenzung. Also, dass ich mir bewusst bin, was ist meins und was ist nicht meins. Was ist mein emotionales Revier? Und da ist man wieder auf das hingeworfen, wo man sagt, ich muss spüren, was für mich persönlich stimmig ist. Nicht, was mir jemand erzählt, sondern was für mich persönlich stimmig ist. Also, das ist auch eine ganz, ganz neue Dynamik, eine neue Energie. Und im fünften Haus, im Löwehaus, im Lebenshaus, haben wir die Zwillingsenergie drinnen. Und das heißt einfach das, folgendes, drück dich aus. Rede, kommuniziere, drück dich aus, geh aus dir heraus. Das heißt, wir haben noch einmal so dieses, nicht nur dieses, wo ich bin, ist vorne, was früher so Löwe war. Dieses, was stelle ich, also, was bin ich? Im Zwilling hast du die Selbstdarstellung auch drinnen. Und da geht es schon ganz klar auch darum, das darzustellen, was man auch eben ausdrücken will. Also, sei authentisch, sei klar bei dir, dann wirst du gut durch diese Zeit kommen. Im sechsten Haus, Arbeitsalltagshaus, da haben wir den Krebs, das Krebsprinzip. Und da ist dann die Fürsorge groß geschrieben. Das heißt, es sollte wahrscheinlich alles wieder sozialer werden. Das Familiäre ist wichtig. Das, wie ich mich um andere kümmere, ist wichtig. Also, wir sind auf jeden Fall dazu aufgerufen, mehr aufeinander zu schauen. Mehr sich untereinander wieder zu vernetzen, als Menschen, Familie zusammenzukommen. Und da auch wirklich gut, ich nenne es jetzt mal Netzwerken, aber nicht jetzt aus Strategiegründen, um irgendwelche Seilschaften zu gründen, sondern tatsächlich, um sich gegenseitig zu versorgen. Und ob das jetzt so eine emotionale Nahrung ist oder auch was Konkretes, also ein Essen, das sei dahingestellt. Aber das ist Krebs, so im sechsten Haus. Ja, und da haben wir jetzt so diesen zweiten Quadranten abgedeckt damit. Das heißt, das Seelische, da geht es stark um emotionale Grenzsetzung, emotionale Festigung, eine authentische Selbstdarstellung, eine authentische, hundertprozentig authentische Selbstdarstellung und was habe ich, wo kann ich für sorgen. Und da bin ich immer wieder, ich habe immer so dieses Gefühl, dieses, wo ist denn dein Wert, also wo ist denn wirklich dein tieferer Wert verwurzelt und den sollte man dann auch erkunden und da auch dann wirklich aus dem Alltag raus sich nützlich machen. Was kann ich bringen, wo kann ich dich unterstützen mit meinen Talenten. Wenn wir dann in den geistigen Quadranten gehen, in den dritten Quadranten mit dem siebten Haus, dann haben wir so diese Löwe-Energie jetzt stehen. Das heißt, wir haben im Haus Nummer sieben Löwe. Was begegnet mir? Siebtes Haus ist Begegnung. Begegnung mit Menschen, Begegnung auch mit Gedankengut. Und da heißt es für mich mit der Löwe-Energie, dass wir sehr viel mit Egoismus einfach konfrontiert werden. Also mit sehr stark zentrierten Ich-Persönlichkeiten, die vielleicht am Anfang mal lustig und witzig wirken, aber sich vielleicht auch dann als etwas anderes empuppen. Das heißt, der Gedanke, wie soll ich denn sagen, die Lebenslust, die Lebensfreude ist auf jeden Fall etwas, mit dem du dich beschäftigen sollst in dieser Zeit, das dir auch begegnen soll. Aber diese Lebenslust und Lebensfreude kann nur dann wirklich vom Bestand sein und von Wert sein, wenn du natürlich diese anderen Phasen, die ich beschrieben habe, diese gute seelische Abgrenzung, diese Klarheit, diese Fragen, was habe ich zu geben, worin kann ich denn dienen? Wenn ich das gut bedienen kann, dann kann ich auch dieses Siebener, diese Lebensfreude, diese Lebenslust, kann ich dann auch wieder ganz anders ausleben und diese Gedanken dann natürlich auch anders integrieren bei mir, um mich nicht verführen zu lassen. Im achten Haus, wenn wir weiterschauen, im Ehehaus, dann haben wir da die Jungfrauenenergie. Und Jungfrau ist eine praktische, ist eine rationelle Person. Das heißt, das kann diese Zweckgemeinschaft wieder werden. Es kann diese Ehe entromantisiert werden, die Lebensgemeinschaft entromantisiert werden. Das ist praktisch, dass wir zusammenleben. Zum Beispiel das Konzept auch von WGs. Wir ergänzen uns da gut. Das kann ich mir gut vorstellen. Und auch im Inneren, denn das achte Haus ist ja auch so, das Erbe, die fixe Vorstellung. Das heißt, es wird das Erbe nicht mehr so geben. Also davon bin ich überzeugt. Also da wird sich sicher auch was ändern im Wassermann-Zeitalter. Das heißt, dieses immer wieder übertragene Besitzdenken. Da ist was da, das wird immer weitergegeben und wird erhalten. Also das, denke ich, wird sich ändern. Und was noch dazu kommt unter Jungfrau im achten Haus, ist für mich einfach so klar zu unterscheiden, also was nützt mir jetzt wieder, also was ist jetzt gut und praktisch für mich, für mein Weiterkommen, für meinen Lebensweg und was ist eigentlich sinnloser Ballast. Und da, denke ich, geht es stark um diese Transformation auch. Also was brauchst du? Da sind wir wieder auch in der Transformation dieses Gedankenguts. Ähnlich wie wir in der Auflösung von reellen Gütern sind, ist auch so dieses permanente Gedankenhygiene, denke ich, ist da ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das ist ein guter Begriff fürs Wassermann-Zeitalter generell, Gedankenhygiene. Im neunten Haus, also Schützehaus, wo es um die Reisen geht, die weiteren Reisen geht, wo es natürlich dann auch um Philosophie geht, um Ideologie geht, haben wir die Waage. Und die Waage ist natürlich auf der einen Seite dieses ästhetische Kunstbemühte-Zeichen, also das sich beschäftigt mit dem Schönen, dem Reinen, dem Wahren und natürlich auch mit dem Ausgleich. Das heißt, es ist eigentlich so, alles, was ins Extrem geht, von Ideologien her, muss man vorsichtig sein oder ist dann nicht mehr zeitgemäß. Und mit Extremen meine ich sowohl, also eigentlich ist ja momentan alles extrem. Du bist entweder für etwas oder gegen was. Du bist in einer Krisensituation für Maßnahmen oder gegen Maßnahmen. Du bist für ein Land oder gegen ein Land. Das sind so ganz große Spaltungen und von dem gehört Abstand genommen. Das heißt, je mehr die Spaltung vorangetrieben wird, umso schneller haben wir ein ganz, ganz riesiges Eskalationspotenzial. Das dient dann niemandem mehr. Und da musst du darauf achten, nicht extrem zu denken. Und auch in der energetisch-esoterischen Szene, bitte denke nicht in diesen Extremen, dieses Du hast die Wahrheit und kein anderer weiß es. Also da bitte ganz, ganz aufpassen. Was, an was glaube ich? Was treibt mich voran? Und das ist eigentlich wirklich so der Ausgleich. Es muss ein Ausgleich geschaffen werden und damit schließt sich dann der geistige Quadrant ab im Tierkreis unter der Energie Wassermann. Wenn wir das jetzt weiter drehen, in den zehnten Quadranten die Bestimmung, dann kommen wir zu Skorpion. Der Skorpion bestimmt, also das Selbstbestimmungshaus ist Skorpion. Und was ist das Skorpion? Jetzt kann man natürlich sagen, Macht-on-Macht-Themen werden da großgeschrieben. Das wird für alle bestimmend. Es geht darum, bist du in deiner Kraft oder bist du ohnmächtig? Ganz, ganz brutal gesagt. Und es geht natürlich auch um dieses Transformieren, um dieses Stirb und Werde. Dieses, was kann noch bestehen und was muss gehen? Was würde dich belasten? Wenn du jetzt noch festhältst an Dingen, was würde dich belasten? Lass Dinge einfach abfließen. Lass Dinge einfach gehen. Und lass Dinge bitte los. Und das halte ich für ganz, ganz wesentlich. Und es geht natürlich auch um die Macht, um die Manipulation da so. Also das ist ein großer Teil dieses Wassermann, dieser Wassermann-Energie, dieses Wassermann-Zeitalters. Also dessen sollte man sich bewusst sein. Das Elfte Haus, das Haus der Freunde, der Gleichgesinnten, aber auch das Haus, ich sage es trotzdem, durch die Wassermann-Färbung der Visionen, ist ein Schützehaus. Das heißt, es ist eine Art Weltenfamilie, die da zusammenkommen will und zusammenkommen soll. Schütze ist ein Optimist. Schütze ist auch die gute Fügung. Das heißt, die Welt soll sich fügen, meiner Meinung nach. So aus der Schütze-Energie raus soll die Welt erkennen, wir sind eine Menschheitsfamilie und wir müssen zusammenarbeiten oder wir werden nicht erstens einmal in unser höchstes Potenzial kommen, weder in der westlichen Welt noch in irgendwelchen anderen Teilen der Welten werden wir in unser höchstes Potenzial kommen. Wir haben jetzt den Gipfel des Kapitalismus erreicht, bitte, aber das heißt ja nicht, dass wir uns als Mensch so weit entwickelt haben, dass man sagt, okay, das ist jetzt überlebensfähig, denn es fliegen immer noch die Bomben und wir töten uns immer noch gegenseitig. Also ist die gute Fügung, das höhere Ideal, die Philosophie, ist, denke ich, da ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, ist diese Menschheitsfamilie, ist sicher ein Thema, ein übergeordnetes Thema dieses Wassermann-Zeitalters. Und zu guter Letzt haben wir im 12. Haus den Saturn, beziehungsweise nicht Saturn, das Steinbock-Prinzip. Also wir haben ja jetzt gerade Saturn im Steinbock, das sind eben so diese alten Regeln, die Zeit, das Althergebrachte, die Traditionen, die gehören jetzt einfach gelöst. Wir müssen uns von diesem Alten ein bisschen lösen, von diesen alten Grenzen ein bisschen lösen und die neu denken. Das heißt jetzt nicht, dass alles Alte schlecht ist und sich auflösen muss, aber die Grenzen gehören aufgeweicht und es gehört manches neu gedacht und eben in dieser visionären Energie des Wassermanns ist da auch neu zusammengefügt, sage ich jetzt mal. Aber diese ganzen Regeln, diese ganzen Normen, diese ganzen strikten Vorschriften und Gesetze, da wird sich vieles wandeln. Oder die Schattenseite wäre, wir werden so kontrolliert und so dermaßen eingeschränkt und das ist so im Hintergrund, dass wir es gar nicht mehr merken und wie so kleine Marionetten herumtanzen. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Und das wäre jetzt mal so diese Reise durch den Tierkreis in der Wassermannenergie, die uns ja jetzt dann die nächsten 2000 Jahre begleiten wird. Also wir werden nicht mehr das Ende der Wassermannenergie erleben. Wir erleben gerade den Anfang der Wassermannenergie und jeder, der jetzt auch geboren wird, erlebt erst den Anfang dieser Energie, die seit 1999, wo sich da alles wandelt und alles in Bewegung ist. Und wenn wir jetzt gerade eben nur in diesem Krisendenken stecken und da ein Umbruch nach dem nächsten ist, ein Einschnitt nach dem nächsten ist, denke ich, ist es wichtig, auch größer in Zyklen zu denken und ein bisschen weitere Bögen zu schlagen und ein bisschen den Überblick zu behalten. Denn gerade in diesen Krisenzeiten verliert man schnell mal den Plan oder die Idee, was ist denn jetzt zu tun. Und deshalb wollte ich dir einfach mal so einen energetischen Überblick geben über diese Grunddynamik, die uns jetzt die nächsten 2000 Jahre so begleiten wird. Eben diese Wassermannenergie. Einfach mal so gedacht, wenn man diese Energien weiter dreht. Die Idee, den Input, habe ich übrigens von einer lieben Freundin von der Sibylle bekommen, dass ich da mal ein Video dazu machen soll. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank für Sibylle. Also nicht für Sibylle, sondern an Sibylle oder allen Dank der Welt generell an Sibylle, ein wunderbarer Mensch. Und ich bin gespannt, was du jetzt dazu sagst. Wie geht es denn dir, spürst du diesen Wandel? Was tut sich denn bei dir? Und was interessiert dich denn jetzt noch an astrologischen Themen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Lass mir gerne einen Daumen hoch, da abonniere meinen Kanal. Das würde mich sehr unterstützen und freuen. Und für alle, die noch ein bisschen tiefer astrologisch eintauchen wollen, möchte ich nochmal an mein Valentinstagsangebot erinnern. Ein Partnerschaftshoroskop, das heißt das Horoskop von dir und deiner Partnerin oder deinem Partner im astrologischen Vergleich. Welche Themen, welche Stärken da sind in dieser Beziehung, um nur 35 Euro. Alle weiteren Infos in der Beschreibung zu diesem Video. Ich wünsche dir eine fantastische Zeit, ein gutes Wochenende und bis bald. Alles Liebe aus dem wunderschönen Lenz. Dein Oliver Arany. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Trying to hör um verstorben etwas Untertitelung des ZDF, 2020